Hallo und herzlich willkommen in meinem neuen Video. Ja, die Faschingszeit hat begonnen und was passt da besser als richtig leckere Berliner oder wie wir sie in Österreich nennen, herrliche Faschingskrapfen. Nur leider trauen sich ja wirklich die wenigsten, diese wunderbaren Krapfen nachzumachen, denn die meisten denken sich hier, Krapfen das ist doch viel zu schwer oder ich hole mir die einfach im nächsten Supermarkt, dann habe ich das Ganze sehr viel schneller und erspare mir die ganze Arbeit. Aber meistens sind es dann wirklich diese Krapfen vom Supermarkt, die dann den nächsten Tag schon hart und eingetrocknet sind. Mit meinem Rezept werdet ihr sehen, dass Berliner oder Faschingskrapfen nachzumachen wirklich kinderleicht ist und vor allem sie schmecken absolut fabelhaft. Was ihr alles hierfür braucht und wie das Ganze funktioniert, das sehen wir uns jetzt an. Für den Krapfenteig benötigen wir 500 Gramm glattes Weizenmehl, 100 Gramm weiche Butter, 66 Gramm Kristallzucker, 166 Milliliter Milch, 133 Gramm Eigelb, 41 Gramm Rum, 10 Gramm Vanilleextrakt, eine Packung Vanillezucker, 5 Gramm Salz, 35 Gramm frische Hefe sowie den Abrieb einer Orange und Zitrone. Und aus all diesen Zutaten können wir nun damit beginnen, unseren richtig leckeren Krapfenteig herzustellen. Die Zubereitung ist hier wirklich einfach und wir starten als erstes damit, uns die Milch in einen Rührkessel umzufüllen. Gemeinsam mit dem Rum, dem Dotter, dem Vanillearoma, dem Vanillezucker, dem Salz, dem Kristallzucker und die Orangen- und Zitronenschalen. Und das Ganze rühren wir jetzt einmal richtig gut mit einem kleinen Rührbesen durch. Und wenn nun alle Zutaten soweit richtig gut durchgerührt sind, dann geben wir jetzt unsere weiche Butter direkt in unsere flüssige Masse hinzu. Ebenfalls füllen wir nun direkt unser Mehl oben auf und bröseln uns die frische Hefe direkt auf das Mehl hinauf. Und nun brauchen wir die Hilfe unserer Küchenmaschine, denn die muss uns den Teig jetzt richtig gut durchkneten. Und als erstes starten wir hierbei auch damit, unseren Hefeteig die ersten 5 Minuten auf niedriger Stufe durchkneten zu lassen. Falls ihr ebenfalls eine Kitchenerid habt wie ich, dann lasst das Ganze auf Stufe 2 5 Minuten durchkneten. Die ersten 5 Minuten sind jetzt um. Und nun kneten wir das Ganze auf der Stufe 6, also auf mittlerer Stufe, nochmal für ca. 7 Minuten ordentlich durch. Auch die 7 Minuten sind wieder vorbei und nun kneten wir unseren Hefeteig nochmal 2 Minuten auf Stufe 8, also fast die höchste Stufe. Und in dieser Stufe fügen wir uns noch ca. 1-2 Hände Mehl hinzu, falls der Teig etwas zu klebrig ist. Hierbei ist wirklich sehr wichtig, dass ihr darauf achtet, die verschiedenen Knet- und Zeitstufen gut einzuhalten. Denn der Kratzenteig braucht die verschiedenen Stufen, um später eine richtig gute Struktur bilden zu können. Wenn ihr das Ganze jetzt richtig gut fertig durchgeknettet habt, dann könnt ihr euch diesen Teig schon mal mit Hilfe einer Teigkarte aus eurem Kessel herausputzen. Und diesen schleifen wir uns jetzt mit den Händen zu einer wirklich wohlgeformten, schönen Kugel zusammen. Der Teig sollte auch auf keinen Fall mehr zu klebrig sein, falls doch, knetet einfach etwas Mehl hinzu, sodass er nicht mehr an euren Fingern wiegt. Auch die Unterseite sollte kein Loch mehr aufweisen, falls doch, könnt ihr dieses mit dem Daumen und Zeigefinger einfach etwas zusammendrücken. Nun den Teig mit einem Geschirrtuch abdecken und 5 Minuten rasten lassen. 5 Minuten sind vorbei und jetzt können wir damit beginnen, unseren Krapfenteig aufzuarbeiten. Nun kommt es auch etwas auf die Größe an, wie groß eure Krapfen später werden sollen. Wenn ihr die normale Größe haben möchtet, wie man sie üblicherweise in den Geschäften kaufen kann, dann wiegt ihr hier bei 50 Gramm pro Stück ab und falls ihr sie etwas kleiner haben möchtet, dann könnt ihr hier bei 25 Gramm nehmen. All unsere Krapfen sind jetzt portioniert und nun können wir damit beginnen, diese rund zu schleifen. Ich mache natürlich beide Varianten, einmal die großen und die kleinen, um sie euch zu zeigen. Während dem Schleifen ist übrigens auch sehr wichtig, dass ihr eure Krapfen wieder mit einem Geschirrtuch bedeckt, denn so können sie euch nicht zu sehr an der Oberfläche austrocknen. Und wie das Ganze jetzt mit dem Schleifen funktioniert, das sehen wir uns in der näheren Perspektive an. Um nun unsere Krapfenstücke rund zu wirken oder rund zu schleifen, kneten wir uns erst einmal den Teig etwas durch und schleifen das Ganze mit beiden Händen und leichtem Druck schön zu einer runden Kugel zusammen. Wichtig ist hierbei, dass man nicht zu viel Druck anwendet, denn sonst wird der Krapfen an der Oberseite nicht so schön glatt, wie er werden soll. Ebenfalls sollte sich an der Unterseite kein Loch mehr befinden, ansonsten müsst ihr dieses mit Daumen und Zeigefinger einfach etwas zudrücken. Nun nehmen wir uns einen Teller oder Platte, die wir mit etwas Speiseöl einstreichen, damit uns die Krapfen darauf nicht festkleben und wir sie später wunderbar herunterbekommen. Und darauf legen wir nun unsere fertigen, rundgewirkten Krapfenstücke. Und wenn nun all unsere Krapfenstücke richtig gut durchgeschliffen und auf ein beöltes Blech weggesetzt sind, fehlt jetzt nur noch ein Schritt, nämlich das leichte Andrücken mit unseren Fingern auf der Oberfläche unserer Krapfen, denn so werden sie später richtig schön gleichmäßig. Wenn ihr diesen Schritt ebenfalls erledigt habt, können wir uns diese jetzt in die erste Gare geben. Dafür stellen wir uns den Backofen auf ca. 35 bis 40 Grad ein und stellen uns eine Schüssel mit heißem Wasser direkt in den Backofen dazu. Denn der Wasserdampf sorgt dann dafür, dass unser Gärmteig den Wasserdampf richtig schön aufnimmt und dadurch richtig gut aufgehen kann. Wir geben uns diese jetzt für 25 Minuten in das vorgeheizte Backrohr. 25 Minuten Gärstufe sind jetzt vorbei und wie man auch schon richtig gut erkennen kann, unsere Krapfen sind auch schon etwas aufgegangen. Wir lassen diese jetzt aber noch für ca. 30 bis 40 Minuten bei Zimmertemperatur stehen, damit sich an der Oberfläche unserer Krapfen eine leichte Haut bilden kann. Während die jetzt noch etwas ruhen, können wir uns schon mal um unser Frittierfett kümmern. Hierfür geben wir uns einen Kilo Butterschmalz zusammen mit 660 Gramm Frittierfett in einen Topf und schmelzen dieses, bis sich das Ganze richtig gut aufgelöst hat. Wichtig ist hierbei übrigens auch sehr, dass ihr die Temperatur mit Hilfe eines Thermometers überprüft, denn euer Fett zum Herausbacken sollte später eine Temperatur von 120 Grad haben. 40 Minuten Trocknungszeit sind jetzt vorbei und wenn wir die Krapfen mit dem Finger an der Oberfläche leicht berühren, dann merken wir sofort, sie haben schon eine wunderbare Haut gebildet. Wir schupfen uns diese jetzt direkt in unser 120 Grad heißes vorbereitetes Fett hinein und frittieren sie genau 3 Minuten an der Vorderseite. Jetzt die Krapfen einmal wenden und ebenfalls wieder weitere 3 Minuten an der Rückseite frittieren. Nun die Krapfen wieder einmal wenden und für ca. 15 Sekunden untertauchen, denn so kann der weiße Rand etwas anbacken und dadurch werden sie später etwas stabiler und bleiben daher schöner stehen. Nun die Krapfen nach Farbe nochmal ca. 20 Sekunden an beiden Seiten fertig backen und anschließend auf ein Gitter zum Abtropfen heraussetzen und etwas auskühlen lassen. Unsere Krapfen sind jetzt fertig gebacken und wie ich finde, die sehen optisch schon mal wirklich fabelhaft aus. Jetzt müssen wir das Ganze nur noch füllen und hierfür können wir verschiedene Varianten nehmen, je nach Geschmack. Es gibt Vanillecreme, Schoko, Nougat oder klassischerweise die übliche Marillenmarmelade. Ich habe mir diese auch schon hergerichtet und in einen Spritzsack gefüllt und hierfür verwende ich ebenfalls eine Krapfenfülldülle, denn mit dieser lassen sich die Krapfen wirklich wunderbar füllen. Zum Füllen nehmen wir einfach einen Krapfen, stechen damit einmal bis zur Mitte hinein, füllen das Ganze mit einem ordentlichen Druck und während wir das Ganze füllen, ziehen wir unseren Spritzsack langsam wieder hinaus. Und das Ganze machen wir jetzt mit unseren restlichen üblichen Krapfen. Und wenn nun all unsere Krapfen richtig gut gefüllt sind, dann fällt jetzt nur noch der Puderzucker ganz zum Schluss. Wer möchte, kann sich hierbei die ganzen Krapfen komplett anzuckern oder wer es einen Tick schöner machen möchte, der kann das Ganze so wie ich machen. Und zwar habe ich mir hier bereits einen Holzstab vorbereitet, den lege ich mir in die Mitte von den kleinen Krapfen und zuckere das Ganze an, dann hat man in der Mitte noch einen wunderbaren Puderzuckerstrich. Und für die großen Krapfen habe ich mir eine Papierschablone mit einem Rechteck ausgeschnitten, die lege ich ebenfalls auf die großen Krapfen hinauf und zuckere das Ganze gleich an und so hat man hier auch einen wunderbaren Puderzuckerstrich. Und fertig sind diese wunderbar leckeren und vor allem richtig frischen Faschingskrapfen. Und noch als kleinen Tipp zum Schluss, ihr erkennt auch daran, dass ihr an eurem Krapfen alles richtig gemacht habt, wenn ihr eine richtig feine und lockere Bohrung aufweist. Und wenn ihr das Ganze drückt, dass er wieder richtig schön nachfedert. Also ich finde, die sehen schon sowas von lecker aus, da möchte man am liebsten einfach nur noch probieren. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr eben einen Daumen nach oben gebt und meinen Kanal abonniert, um keine weiteren solcher leckeren Videos mehr zu verpassen. Wir sehen uns das nächste Mal und nicht vergessen, eine Mahlzeit ist erst beendet, wenn man etwas Süßes gegessen hat. Mmmh. Mmmh. Bis zum nächsten Mal. Sssegtu Colleg seven. is tamto